Das ist nicht bloß übertrieben, das ist sogar kriminell, ist das, was sie machen. Es gibt nicht aus meiner Sicht eine übermäßige Gefährdung und schon gar nicht so eine große, wie die Regierung uns vermittelt. In Leipzig sind am Samstag knapp 20.000 Menschen zu einer Großdemonstration der Initiative Querdenken gegen die Corona-Maßnahmen zusammengekommen. Die Polizei rief die Teilnehmer auf, Masken zu tragen und sich an Abstandsregeln zu halten. Fast niemand der zahlreichen Teilnehmer trug jedoch eine Mund-Nasen-Bedeckung. Insgesamt waren in Leipzig für Samstag mehr als 25 Versammlungen angemeldet. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Teilnehmer der Demo kamen dabei aus den unterschiedlichsten politischen Richtungen. Ja, also wir haben tatsächlich ein breites Spektrum aus der bürgerlichen Mitte, die aus verschiedenen persönlichen Bewegungen heraus gegen die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen der Regierung protestieren wollen. Wir sind im Bereich der Reichsbürger unterwegs, wir haben Rechtsextremisten darunter, auch bestimmte Parteien haben beworben. Und im Gegenprotest erwarten wir auch ein breites bürgerliches Spektrum. Leipzig ist erfahrungsgemäß da sehr stark, um gegen Rassismus zu protestieren. Und gleichzeitig gibt es trotzdem Hinweise, dass auch radikale Kräfte dabei sind. Vor dieser Herausforderung stehen wir heute. Der Augustusplatz war schon zu Beginn der Kundgebung um 13 Uhr dicht gefüllt. Wegen des hohen Zulaufs haben die Veranstalter der Demonstration die Kundgebung zwischendurch unterbrochen. Nach etwa einer halben Stunde gingen sie weiter. Die Polizei hatte die Versammlungsfläche zuvor deutlich vergrößert. Nach zahlreichen Verstößen gegen die Versammlungsauflagen hat die Stadt Leipzig die Querdenken-Demo am Nachmittag wieder aufgelöst.